Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ich denke, dieses Bild sagt es alles. Hinzugefügt darf werden, diese Regierungen schützen dich nicht. Diese religiösen Führer schützen dich nicht. Da ist keiner, weder der Papst, noch der Dalai Lama, noch andere, die sich vor ihre Gemeinde stellen und sie schützen. Daran muss immer wieder erinnert werden, es wird Zeit, dass du deine eigene Gesundheit in deine eigenen Hände nimmst, dass du alles tust, selber, um gesund zu bleiben, um zu sein. Das kann und will dir der Staat nicht abnehmen. Willst du mir ernsthaft sagen, dass du deine Gesundheit einem Mann wie Karl Lauterbach übergeben willst? Die Verantwortlichkeit dafür? Dann bist du verloren.